Dann? Was hast du davon? Dann kriegst du eine Singularität. Damit kannst du zum Beispiel Brücken zwischen zwei Systemen bauen. Also wenn du jetzt im Neta ein neues ME-System aufbauen willst und es verknüpfen willst mit dem hier oben, dann brauchst du eine Singularität dafür. Ah, okay. Brauche ich nicht. Hier kann jeder wieder zurückkommen, der irgendwie... Wir brauchen noch einen Schläfer. Da hab ich gerade ein großes Problem mit, ehrlich gesagt. Ich bin im Keller in meinem Haus. Beziehungsweise ich baue den Keller meines Hauses. Ich habe kein Bett. Oh, ich komme. Ich komme. Ich will eben die Pflanzen nachpflanzen. Ich bin schon auf dem Weg. Ich habe eben genug gechillt. 36, passt genau, oder? Müsste genau aufgehen. Ja, hallo. Wo liegt die Voice? Hier liegt nur einer im Bett. Ist das ein bisschen wenig? Ich stege auch im Bett. Evian hat auch in seinem Häuschen... Ah, der Evian hat sein eigenes... Aber der hat auch gar kein Häuschen, aber ein Bett. Das Häuschen... Der Robo steht schon. Der Robo steht schon. Du machst aber keinen Displace oder sowas, oder? Äh, nein. Wo guckst du zu? Bei wem? Bei Blaze, wahrscheinlich. Äh, nee, bei Sevi. Ach, bei Sevi? Ja. Vor allem bei Blech, der die WG nie aufnimmt. Achso, der guckt die WG bei... Achso. Ja, weil gut, ich wusste ja nicht, dass er die WG guckt. Wie mache ich da aus in dieser Limanten... Achso, ich weiß noch mal. Ich weiß, wie es geht. So wollte ich das. Kiste. Ja, ja, Kiste. Ich habe schon. Aber da fehlen mir auch schon ein Stück. Willst du mir den Essenz-Dust, bitte? Ich habe keinen gekriegt. Reza, es gibt verschiedene... Hast du Weak-Essenz gekriegt? Ja, hier, das. Und ein Netscher, bitte schön. Ja, alle Essenzen zu mir. Aber ich brauche noch ein paar. Ich brauche noch drei Stück von diesen... Ne, vier Stück von dem... Von der Diamant-Diamant-Essenz. Ich habe hier noch eine im... Ne, ich fahre mir die selber. Guck mal, in der Kiste, ähm, die automatisch abgefärmt wird. Ne, ne, die lassen wir es mal automatisch. Ich will das hier alles schön abbauen. Ganz stillig. Sind so nur fünf Pflanzen. Kommt so immer eine von raus, oder? Ja. Da kommt die... Können auch zwei von rauskommen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, eine. Was kommt zwei raus, hä? Ne, ich habe gerade irgendwie... Ich habe mich verguckt. Oh, ne, jetzt habe ich wieder einen zufrieden, weil ich einem... Pflanzen mehr abgearbeitet habe. Da musst du nochmal acht abbauen. Äh, sieben. Ähm, ich kann mich, glaube ich, behrsch und tue es nicht. Aua, wo bin ich denn runtergefallen? Was ist denn hier für ein Loch? Was für ein Loch? Wo für ein Loch, hä? Leil. Hier sind irgendwelche Kabel verlegt, tief im Loch. Ja. Die Kabel führen zu unserer Produktionsanlage, damit wir den Strom dahin kriegen darüber. Ja. Wer braucht dann bitte Strom? So, ich muss mir jetzt erstmal eine neue Säge bauen. Hier. Guck ich denn hier wieder raus? Da, wo du reingekommen bist. Huhu, hier. Ne, ne, warte mal, hier gibt es einen anderen Weg. Ja. Da kommen wir auch nicht raus. Eigentlich habe ich das alles so verlegt, dass du rauskommst, wo die Kabel langlaufen, damit du da durchlaufen kannst. Aber da oben müsste es dann wieder zu sein, inzwischen. Das heißt, du musst dir oben ein Loch in die Decke hauen. Du bist ja wahnsinnig. 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 Ach, hier liegt das Kabel. Hab ich doch hier verlegt. Meine Güte, hier kommt man nirgends von mir raus. Was brauch ich denn eigentlich für Steine, wenn ich einen XP-Drain drüber bauen will? Wie Steine? Ja, weil ich nicht. Muss man da irgendwas drum rumbauen? Wenn du einen XP-Drain nutzvoll einsetzen willst, musst du einen Tank drunter setzen. Also hier quasi so einen Tank, was ich schon gebaut habe, oder wie? So einen ganz normalen Standard. Ich weiß gar nicht, wie die von Open Blocks, glaube ich, sind die. Ja, das sind doch acht Stück im System. Ja, wir haben noch irgendwelche Systemen. Kannst du dir rausnehmen? Ich habe da auch nur eine, die Harden Dingsbums da. Weil ich habe jetzt dann keine Lust, meine ganzen Level zu verlieren. Nachdem ich ja eh schon einen im Dings habe, ne? Einen was? Ja, so einen XP-Drain gebaut habe. Ja, dann kann man die auch direkt nutzen. Aber ich glaube, einen Tank wird für die ganzen Level nicht reichen. Je nachdem, wie viel du hast. Wir hatten keinen XP-Drain bis jetzt, ne? Naja. Naja. Naja, naja, naja. Boah, jetzt habe ich hier Lightroom eingesetzt. Ich steppe. Lalalala. Kann ich eigentlich da mit abbauen. Ich muss das hier mit abbauen. Perfekt. Brauche ich mal hier zu, damit man nicht wieder reinfällt. Gibt es denn schöne Sachen auf der Gamescom zu sehen? Kommen Sie auch, oder nicht? Ja, natürlich komme ich auch. Sehr gut, dass es sich lohnt. Was heißt schöne Sachen? Viel Mobile Gaming. Okay, ja gut, das ist ja einfach ein immer größer werdender Bereich. Ja. Lustigerweise. Dann das WoW-End-On. Kannst du dir angucken? Und, wie sah es aus? Hast du es dir angeguckt? Ne. Kein Bock. Ich habe mich auf jeden Fall hin. Ich habe mich nicht interessiert, das Add-On. Das ist das falsche Holz. Nicht so sehr, dass ich es da nochmal spielen müsste. Ich würde alleine wegen dem Bändchen, was man wieder kriegt von Blizzard da rein. Ich habe ja vom letzten Jahr das von mir aufgeholt. So ein Bändchen? Hast du mal was für ein Bändchen? Ja, hier so ein Lanyard. Ach so, so ein Schlüsselanhänger. Ja, stimmt, ich habe den auch in meinen Schlüssel dran gerade, vom letzten Jahr. Und den von League of Legends, wenn man gewinnt. Da nämlich auch noch eins. Da steht dann top drauf. Wow. Das ist sowas wie, du bist super. Ja, so ähnlich. Ich wollte jetzt was machen. Niki, heute schon gesehen? Ja, ja, habe ich heute schon gesehen. Ja, morgen auch mal vorbei, hallo sagen. Jo. Ich denke mal, die ist ja wieder alle Tage im Einsatz. Ja, ja, so ist das. Vielleicht traue ich mich dann auch mal eine Runde zu spielen. Ich noob. Was musst du machen? Du musst danach schnell wegrennen, ne? Das ist ein Stressfall. Wieso denn danach schnell wegrennen? Ja, damit ich keinen Ärger von meinem Team, äh, von meinem, von meinen Teamleuten kriege, weil ich so schlecht gespielt habe. Ach so. Das wäre ein bisschen wegrennen. Wie hoch dein Charakter bei, bei LOL-Dings-Dings-Dings-Dings-Dings-Dings da ist? Ich habe mal bis 5 gespielt in dem Wizard. Ähm, ich habe noch nichtmals das Tutorial zu Ende gespielt. Okay. so geht es gar nicht wir brauchen gastränen nutz meinen account eher nur zum spektaten wir brauchen gastränen wenn du gastränen hast bringen wir welche mit dann kann ich pflanzen draus machen brauchst du vier stück ne das wird nix obwohl kann man die mit mimikry verdoppeln das weiß ich gerade gar nicht ehrlich gesagt ich müsste lügen ich habe nämlich keine ahnung aber die wahrscheinlichkeit ist eigentlich recht hoch oder ne menge an ärzten mit mimikry aber ob es mit so sachen auch geht weiß ich gar nicht ich weiß dass du ender perlen damit verdoppeln kannst also ich brauche das hier dafür brauche ich das man kann aus nahrer gas aber man kann mit gastränen mimikry machen ich will mehr gastränen aus mimikry kriegen wir machen noch mal bronze was muss man dafür einschmelzen wenn ich hier nicht runter sagte ich und falle runter das wollte ich nicht nein 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 das wollte ich nicht haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir wir haben wir nicht wir haben gar nichts haben wir gar nichts haben wir wir haben überhaupt nichts überhaupt nichts nix wegen nur luft und liebe wir verbrauchen zu viel viel zu viel rohstoff und keiner geht farmen ja wir haben ja schon die quarry farmt ja jetzt die läuft jetzt an und dann macht das alles ja und da das ding riesig ist kommt zwar erstmal ein ganzer haufen an dirt und so ein scheiß rüber aber aber dann aber dann aber dann geht es richtig los erst fängt sie ganz langsam an aber dann aber dann aber dann ich habe das feld kaputt gemacht das ist doch egal davon geht ja keine pflanze kaputt was denn hier mit diesen eisenpflanzen werden die nicht mehr abgearbeitet oder wie raser bleib bitte davon weg lass sie doch erstmal wachsen ich habe nicht andere felder ja natürlich deshalb ist dazwischen auch noch nichts fertig ich muss gerade warten jetzt dass mein bronze geschmolzen äh mein gold geschmolzen ist da hast du so lange lange weil du das jetzt erstmal felder gießt richtig nee hätte ich machen können aber ich wurde ja weggescheucht ich darf ja nichts machen hier ich mache nichts mehr ja ist normal du hast hier nichts mehr zu sagen anscheinend ja weiß ich auch nicht er darf auch nichts mehr machen ich würde für alle nichts mehr machen vielleicht du darfst hier umzug machen die macht keiner von uns ja genau steht das rüstungsding da und wird nicht benutzt weil keiner sich eine rüstung bauen will reicht das nicht oh ich drehe am rad ich brauche mir gleich eine rüstung aus Blut oh mh eine Blutrüstung ja und wer opfert sich ist die besser als deine Goldrüstung? äh deine Holzrüstung? bisschen ja keine ahnung mal gucken wer sich opfert den altar habe ich schon gebaut oh god oh god man kann nicht mal ganz schnell weg ja mhm Gäste oh es wird dunkel wär nichts neues schlafi schlafi tschiuu 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 war klar dass Sebi wieder zweideutig denkt ich denk nicht zweideutig die Welt denkt zweideutig wär schlimm wenn nicht wenn nicht er wär dann wenn nicht er wär dann oh jetzt geht sie los hier aber es ist nicht eher was aus Düsseldorf es ist Düsseldorf ja ja ich muss eh mal gucken wie ich fahren muss ich weiß ja dass ich knapp 40 minuten brauche ja bis zum Kölner Hauptbahn ne von da aus mit der Regio oder mit der S-Bahn rüber nach Deutz ja ich kann direkt bis Deutsch fahren eigentlich das kann ich nix ja oder so ich muss noch mal gucken wie ich fahre wieso das kann ich denn wieso geht das denn jetzt nicht also ich bin schon um kurz nach neun da ok also so früh werde ich nicht da sein ja das Problem ist äh andersrum komme ich dann erst irgendwas bei halb elf und da hab ich dann auch keinen Bock drauf ich verstehe es gar nicht wo es doch ich muss noch so ein ähm das pattern nehmen da drauf klatschen und dann Gold reingießen oder ja aber das Pattern äh nicht das Pattern darauf tun sondern das Teil was du aus dem Pattern raus bekommst also da muss ich erst an so einen blauen Tisch oder was ne auf Stencil Table ne auf Stencil Table kriegst du das Pattern ne du musst das Pattern da musst du den Stein rein tun damit du dann die Steinvorlage davon kriegst ja aber der blaue Tisch ist ja nicht mehr da der hat ja einer gemopst dann bau einen bis du gar nicht wie der geht dann guck unter Tinkers Construct nach nein 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 es ist ein leeres Pattern mit ähm boah ja entweder einer Crafting Table drunter oder einem Holzblock drunter oder einem fertigen Holz drunter muss mal gucken ich habe es echt nicht im Kopf gerade ach ich bediene mich hier ja Cobblestone Pattern grüßt euch grüßt euch jetzt ist mein Glaseck weil ich außerdem mit einem Schüssel draufbauen habe das ist immer gut aber es ist irgendwie noch da also ich kann nicht durch kann ich einen Cobblestone nehmen oder keinen Cobblestone nehmen äh ich glaube das geht mit beidem und wenn es nicht geht dann ruhig mehr davon oder was äh da steht wie viel Material du brauchst da steht Material kost dran ja da müsste man mal draufhören ah acht okay ah brauchst du eine Platte? ja brauchst einen Hammer nein eigentlich weiß ich gar nicht mehr was ich machen wollte neuer Lumber-X wahrscheinlich Weisen gefunden Toll Toll was ist neu? Lumber-X nicht was soll ich damit ich kann mir doch die andere leihen so lange ich es jetzt zurück gebe Dauerleihgabe nöööööööö gott blödsinnig aus wir gehen aus meiner höchstung wir gehen mal mehreren leuten gleichzeitig da aber das machen wir nicht warum wir ja nicht hier wäre keiner aus der lambex zusammen machen ne brauche ich gar nicht und so im moment aber gerne haben ich brauche aber keine sonst hätte ich dich gefragt hat dann pettern klau augen auf beim pettern klau ne ich habe mal ein pöttern gemacht wir haben ja kein mehr der ist in die luft geflogen ach ja da war ja was und wer hat dann keinen neuen gebaut ach ja glück war ich das nicht so siebe jetzt mal eine frage ja wenn ich die rüstung habe ja wie kann ich jetzt quasi ausrüsten mit eisen mit diamanten mit energy shield ja 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 also anfangen mit was wenn du eisenplatten nimmst du die rüstung hat unheimlich schwer ja darfst du halt nicht vergessen wo bekomme ich zum beispiel ein energy shield her das musst du bauen okay was braucht man aber ein energy shield ist für den anfang ein bisschen übertrieben nein bisschen arg übertrieben weil dann brauchst du nämlich auch unheimlich viel energie in der rüstung weil du brauchst ja auch noch batterien für die rüstung und so das darfst du auch nicht vergessen auch wir hätten schon das latsch das hätten wir schon gehabt super äh ja was denkst du denn was soll man denn dann dran bauen also ich würde tatsache erstmal mit eisen anfangen kann man das jederzeit wieder runternehmen oder wie du kannst es jederzeit verändern an der table kannst noch mehr verändern also du kannst ja auch bestimmte optionen die da kann ich gar nichts sagen wie mich diese fliege hier drin ankotzt sehr anscheinend warum sind auch noch mal wie hat man sich gerade sind und kopf war 32 1 irgendwie 13 ein kopf drei kopf einzeln ein kopf einzeln ich habe es tatsächlich mal so gemacht dass ich den raum zuerst gebaut habe bevor ich da was hingestellt habe ja extra für dich raser danke ähm auf eurem baum besteht ein skelett das ist öfter so lass es da stehen wenn es ihm spaß macht wenn es runterknallt ist es selber schuld kein herz für skelette und zombies kann ich das nicht auch in den smelter zusammen direkt nach bronze machen ich glaube schon ja in welchen? in den alloy smelter? ja ne? ja aber da ist gerade elektrium drin irgendwie geht das nicht da rein ich bin hier bei goldchats und jede menge leitungen jetzt komme ich hier nicht mehr raus namens tuk tuk äh kupfer ah ich schon da komme ich nicht mehr sunny goes crazy sind kupfer äh sebi meine andere frage wie komme ich denn an den table oder wie kann ich die sache reinpacken oder muss ich das einfach nur momentan haben? anziehen anziehen ok hast du uns wenigstens eine rissung mitgemacht? von was? gleich haut an mich ja ich weiß wir haben die materiale nicht dafür darum habe ich ja meine so und wenn ich jetzt auf install klicke dann passiert aber nichts hast du es denn in der tasche? ja klar dann müsste es auch installierbar sein außer es gibt bestimmte voraussetzungen das kommt ein bisschen drauf an ja oder muss ich deine iron plating? weil ich habe ja bloß iron plates ne? du sehe dich eigentlich nicht bist du hier? ja du musst dann das was da unten steht was er quasi anfordert das musst du in der tasche haben da habe ich hast du einen eigentisch gebobbt weiss? ja mir hat so gestunken weißt du nix darf man hier alleine machen ich habe das zeug wie gesagt in der tasche wenn ich jetzt auf den oh Gott warte mal jetzt kann ich da irgendwie ach doch hier ich gehe quasi auf die iron plating dann sagt er mir basic plating und dann wenn ich auf install klicke passiert nix oder braucht das ding noch vorher strom oder keine ahnung? ne also die table an sich braucht keinen strom und installierbare module da steht manchmal noch dabei dass du keine ahnung in der rüstung dass du vielleicht strom brauchst oder so aber eigentlich müsste es so funktionieren energy null von null ja ja das ist ja normal du hast ja keine energie drin ne will er mir nicht machen ich glaube du musst erstmal irgendeine batterie installieren irgendwas in der richtung also irgendwie strommäßig irgendwas ja du sollst dich einrichten lassen bauen wir das hier kurz ab das hier kurz ab das hier kurz ab und hängen wir meinen lava generator dran dann müsste er eigentlich gehen oder? das sollte das funktionieren ja dein wort in meinem ohr obwohl ich halt nicht weiß ob der ob die table an sich strom braucht oder eher was mit deiner rüstung mit strom sein muss ansonsten muss ich jetzt gleich mal googeln ja ich kann mal kurz zu dir ich kann dir da ja dann kann man bronze pflanzen pflanzen machen also man kann das ding zumindest nicht an strom anschließen man kann copper und tin pflanzen machen ich bin schon da ja ne das will ich ja nicht ich will ja ich kann copper pflanzen machen ja ich brauche aber die rüstung sieht so cool aus ich brauche aber die rüstung sieht so cool aus bronze pflanzen 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 diese pflege ich muss mal kurz mehr pflege machen ich bin gleich wieder da mach mal bronze ist doch ein mischmasch mit metall ja ich weiß und davon kann ich glaube ich was heißt vielleicht möchte dieses mistige ding ja von selbst raus fliegen ich glaube es zwar ja nicht aber egal ne mach draußen licht auf kannst du mal ganz kurz deine brustplatte geben und dann habe ich diese dinge hier ne wieso verbindet sich das tin nicht mit dem guck mal kurz ach scheiße ey alles welches buch war das nochmal sebi für die farmingwelt guck mal dafür brauchst du basic plating das steht dann unten das war das crystal and leather buch übrigens oder nether and crystal oder so heißt das ganz links das buch ich gebe eins bitte ja du brauchst ein basic plating dafür